ja leute was geht und willkommen zu diesem neuen video hier bei mir koste um 13 heute gibt es mal so ein info video vielleicht habt ihr ja schon gesehen es kommt irgendwie so gemischter content auf meinem kanal und vielleicht merkt man auch dass ich irgendwie nicht mehr so viel bock habe ich habe jetzt ja für den august hervor produziert und es meine videos kriegen ja auch nicht mehr so viele aufrufe deswegen wollte ich euch sagen leute ich mache jetzt youtube pause bis also ich mache jetzt eine youtube pause bis zum bis oktober bis zum ersten oktober dann kommen wieder videos daily ich mache auch jetzt schon daily videos seit zwei monaten oder so oder ich weiß gar nicht und davor auch noch viel und dann auch noch streams jede woche deswegen mache ich jetzt youtube pause und ich bin gerade noch im urlaub mich ist auch gerade auf dem urlaub auf ich bin noch bis zum bis zum 14 september im urlaub bis die sommerferien in baden-büttemberg auch zu ende sind und dann zwei wochen danach im oktober auch das auch mal bald mein geburtstag am 5 oktober starte ich wieder mit videos richtig rein deswegen leute ich bedanke mich für alles ich mache eine youtube pause wie gesagt bis zum ersten oktober minecraft jungle kommt dann auch wieder und mal schauen was konnte ich mache ihr könnt ja gerne reinschreiben ich würde sagen wir sehen uns im oktober wieder hoffentlich wenn vielleicht hoffentlich auch mehr leute meine videos schauen ja vielen dank an alle die dabei waren